Doch achte, wenn der zwölfte Stern geht auf, der Schicksal des ist geweiht dem Untergang in Erdenzeit. Nur wenn, nicht lesbar, er bleicht, der Adler auf ewig sein Ziel erreicht. Drum wisse, dem Rubin gehört die Ewigkeit. Sein Stern verglüht, nur vor Liebe gequält, wenn sein Niedergang ist freigewächtigt. Dann kann dieser Typ nicht einfache, klare Sätze vermuten. Geh dir an, der Typ hat im 18. Jahrhundert gelebt. Salami. Also, der zwölfte Stern ist Gwen. Der Adler ist der Graf, aber was ist sein Ziel? Sein Stern verglüht, nur vor Liebe gequält. Was soll das heißen, Liebeskummer? Niedergang freigewählt? Du bist ein Superheld, sie ist ein Superheld. Du stehst auf sie, sie steht auf dich. Was ist denn das Problem? Es könnte sie in Gefahr bringen. Was soll das heißen, wie die